Liebe Soldatinnen und Soldaten, im Rahmen meiner Besuche, die ich immer wieder vor Ort mache als katholischer Militärbischof, werde ich am 23. und am 24. Oktober beim Landeskommando Sachsen sein. Ich werde dort unter anderem auch einen Vortrag halten, der sich mit einem wichtigen Thema für Sie und für alle, die Verantwortung übernehmen, beschäftigt, nämlich wie ist es um die Verantwortung für die Verantwortung bestellt. Ich werde an einer Unterrichtsstunde teilnehmen, um auf diese Weise zu sehen, wie Sie selber in Ihre Aufgaben eingewiesen werden und was das bedeutet und werde am Freitag auch noch das Militärhistorische Museum in Dresden besuchen, das allein schon von seiner äußeren Gestalt her so interessant ist, dass für mich als kulturinteressierten Mann und Bischof es ein Besuch wert ist. Gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass genau diese Mischung zwischen Geschichte und Kultur und Auftrag für die Zukunft zu den wichtigen Perspektiven auch der Bundeswehr, wie natürlich auch der Militärseelsorge gehört. Ich freue mich auf den Besuch, freue mich, Sie kennenzulernen und Ihnen zu begegnen. Vielen Dank.